So Lena, Glocke, Kling! Ich bin der Lok einfach so mit mit Volker. Also so hat es noch keiner getroffen heute. Ja, versammelt in der Ecke, aber eigentlich der Lok ist aus der Ecke nicht. Ein bisschen warm. Ja, großer Leer. Wir müssen richtig auf dem Hinterbein halten. Und jetzt. Wechsel, vernünftig wechseln. Top! Lena Freyer, Überwindung. Lena ist der Titel des Mitarbeiters der Woche. Zum Reifen machen. Oh ja! Wow! Ja Felix, also. Lena, wir hatten zwar keine Ruhe, aber ich hatte das Gefühl, du warst schneller. Jetzt will Stella auch noch sprengen. Ja. Ne, einmal habe ich gedacht, dass Felix noch mal Piaffe macht. Oh ja. Ich brauche einen guten Trainer dabei. Die Bügel sind kurz, ne? Das ist gar nicht schlimm. Jetzt kommt nur die Bügel so nicht hoch. Nein, er macht nicht. Halt ihn gut fest, ne? Und sei gut für dich. Immer. Das wird lang, oder nicht? Ja. Nee, wir sind hier ja. Und die Hände müssen runter. Nochmal. Komm doch mal hier zurück, die Linie. Du legst Daumen nachfärbig. Und nicht den Kopf so wegstrecken, sondern Hände runter und schön ins Pferd reinsitzen. Okay, ist gut, reicht. Okay, ist gut, reicht. Wahnsinn.